Und mit 1,5 Grad stressrechtlich. Deswegen fordern wir Kohleausstieg 2030. Das bedeutet nicht nur, dass wir tollweise CO2-Emissionen nicht produzieren. Das bedeutet auch, dass wir mehrere Dörfer nicht abreißen. Denn mit 2038 werden noch mehrere Dörfer abgerissen. Es werden Menschen in der Lebensraum genommen, um Drogen zu produzieren, um sie zu zweitens emittieren und damit Menschen in der Lebensraum zu nehmen. Die Verschwemmungen sind gar nicht in der Lebensraum.